Innovation bedeutet für uns in erster Linie Zukunft. Zukunft, Innovation bedeutet für uns Ideen, die ich im Kopf habe, die wir im Kopf haben, zu realisieren, umzusetzen, Arbeitsplätze zu schaffen und zukunftsbezogene Sachen zu erfinden. Ja, die Innovation ist erstmal im Kopf und dann muss geguckt werden, wie kann ich es realisieren, brauche ich finanzielle Mittel dazu, habe ich die Technik dazu, habe ich die Mitarbeiter dazu und dann muss ich gucken, ein Portfolio schaffen, in dem ich rechtfertigen kann, wie hoch ist der Invest, wie hoch ist das Income aus der Innovation, die ich habe und ist die Wirtschaftlichkeit gegeben. Innovation wird gefährdet, immer wo es anfängt, Innovation ist da, wo kommt das Geld her. Wenn jetzt zum Beispiel verschiedene Fördermittel wegfallen oder es gibt keine Fördermittel oder Fördermittel sind besonders kompliziert für eine Innovation, dann ist natürlich auch das Projekt manchmal damit gefährdet.